So, werte Geister und Geisterinnen, herzlich willkommen zu diesem kleinen Quick-Guide zu einer Welt-Quest-Sache, die vielen Spielern die Nerven zu rauben scheint, inklusive mir, um ehrlich zu sein. Und zwar geht es hier um die gute Magistrix-Vileser-Gefahr-Quest in Suramar, unten in der Hauptstadt. Und das Ding ist groß, das Ding ist verwinkelt und die alte steht ganz oben auf so einem Podium. Und wenn man da noch nicht war, reitet man wirklich hier unten in den völlig falschen Richtungen rum, selbst wenn man sie im Target hat. Wir befinden uns hier an einer Brücke, an einem Übergang und zwar bei ungefähr 46,75. Ihr seht es hier unten auch auf der Karte, nicht von den Handy-Nose-Schatz-Anzeigen irritieren lassen. Und hier sind die Treppen, die uns quasi zu dieser Großmagistrix führen. Das ist eine Gruppen-Quest, das heißt, ihr braucht auch wirklich eine Gruppe. Und ich hatte Gott sei Dank eben einen sehr netten russischen Spieler, der uns vier Heinis an die Hand genommen hat und das Ganze mit uns hier abgeritten ist. Und genauso dachte ich mir, hey, dann hast du bestimmt nicht allein Probleme und haust mal schnell einen kleinen Quick-Guide raus. Also dann kommt ihr hoch mit Kostüm kein Problem, auch wenn hier die ein oder andere aufdeckende Wache steht, sollte das kein Problem sein. Und da steht dann die gute 37 Millionen Leben. Hat ein paar ekelhafte Fähigkeiten, insofern einen Heiler mitnehmen, tankt mitnehmen, normale Gruppe, dann ist das kein Problem. Das war es auch schon von mir. Ich hoffe, ich konnte euch hier den Sonntag eventuell retten bzw. die ein oder andere Suche ersparen. War es auch schon. Bis dahin, Freunde. Haut rein. Ciao. Ciao. Ciao.